Soll ich hell sehen, vielleicht, warum ich da bin? Natürlich war ich dort, ja, dann bin ich ja da. Was für ein krankes Spinnerhirn hat sich das ausgedacht? Damals haben sie mich öfter untersucht. In Afrika haben sie so Geister in den Bäumen. Und die reden dann zu einem. Ich hab keine Ahnung, was ich da gemacht hab. Nein, ich hab keine Ahnung. Also ich weiß nicht, schaut ruhig blöd. Eine Kleinigkeit falsch machen und der nächste Bläufling. Alter, so wie wir das definieren, das macht letztlich keinen Sinn. Es gibt Mittel, hab ich gesagt. Das sind die, die ich brauch. Ich fühl mich gut, fühl mich echt stark. Ich bin aber schön. Das ist alles irgendwie von Gott. Nein, ich hab nichts gesehen. Ich konzentriere mich auf mich. Blöde Kupferschmink! Und auf dem Schoß vom Herrn Pfarrer bin ich auch gesessen. Weil das war dann gut für den Gott. Na geh, hilf mir doch! Er war einfach schwarz! Was? Wo ist das denn dazu? Ist es da wohl im Bauch? Sie Kupf? Die blöde Kupf! Nein! Der hat so gestunken! Eigentlich verstehe ich die Rolle ja gar nicht. Wenn ich das höre, das macht mich echt Wahnsinn! Aber so läuft das nicht. So läuft das gar nicht. Und wo bleibt denn jetzt der Herr Clausenbach? Na bitte! Der hat mir den Baum gezeigt. Und wenn das jetzt alles sinnlos war, dann... Ich hab nichts haugestellt. Ich bin Bruno! Und krank war ich einmal. Ziemlich krank. Ich schreibe natürlich meine Nummer auf. Das ist ja ganz klar. Man hilft ja gerne. Bruno! Das unterschreibe ich nicht. Ich habe ja nichts gesehen zum tausendsten Mal. Bruno... Sonst kann ich mich an nichts erinnern. Ich habe ihn umgebracht. Ich weiß nicht was mit dem Bauch. Was der da unten gemacht hat. Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Aber ich hab nichts mehr. Es ist nicht mehr so. Ich weiß es nicht. Es ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr so. Es war ein Problem. für ihn to hope that they would leave him alone in the future?